Jo Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute wieder in PetX Simulator in Roblox unterwegs. Und Leute, im letzten Video waren wir ja komplett lost. Wer den Teil nicht geguckt hat, unbedingt gucken. Heute sind wir schon besser aufgestellt. Ein Abonnent, grüße ich Ihnen raus an Ihren Bruder Lars, hat mir seine Pets gegeben. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr. Vorher hatten wir die 5. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Unterstützung am Start. Und wie ihr seht, habe ich auch genug Pfoten und so jetzt gesammelt. Leute, wir haben ein bisschen was am Start. Und jetzt holen wir uns diesen Elfen. Wir finden, wir müssen nur den Elfen finden. Ich hoffe, wir finden den. Sonst schaue ich einfach, wo es den gibt. Ihr werdet auf jeden Fall in diesem Video erfahren, wo es den Elfen gibt, wo man den findet. Abfahrt. Vergesst natürlich nicht zu liken, abonnieren. Ganz wichtig und richtig. So, was ist hier? Kann man hier noch besser looten? Oha. Ich glaube, hier kann man noch. Okay. Weil wir müssen, glaube ich, wir müssen noch einen weiter. Und dafür braucht man 35 Millionen Pfötchen. Das ist ein bisschen hart, Alter. Da müssen wir dann doch nochmal ein bisschen looten. Da bin ich gerade fertig mit Looten. Starte das Video und da muss man schon wieder looten. Ich glaube, es ist nicht gedacht, dass man so durchwascht. Innerhalb 20 Minuten hier auf einmal jetzt schon so weit ist. Aber das kriegen wir easy hin. Ich bin gleich wieder da, wenn ich genug Pfötchen habe. 35 Millionen. Easy. Bis gleich. So, Freunde. Wir haben endlich genug Pfötchen zusammengesammelt. Wir können jetzt in die nächste Etage gehen. Und ich glaube, dort müsste diese Elfe sein, wenn ich nicht komplett lost bin. Ich hoffe, dass sie hier ist. Und zwar, wenn ich nicht komplett lost bin, war diese Elfe in so einem Baum hier. Falls nicht, müssen wir wohl nochmal nachschauen. Und ja, ich glaube, ich muss nochmal kurz nachschauen. Muss los. Das war es mal wieder komplett. Ich hoffe, ich habe hier nicht umsonst so viel gelootet und ausgegeben jetzt. Äh, letzter Versuch. Ah. Na, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Leute, wenn das jetzt stimmt, dann ist das Ganze hier bei der Spawn-Welt hinter einem Schild. Äh. Äh. Was, Bruder? Mal nachschauen. Fused Pads? Wo sind Fused Pads? Weiß ich jetzt nicht. Check ich nicht. Was ist da oben? Das verstehe ich jetzt nicht. Das schicke ich jetzt nicht. Wo ist denn Fused Pads auf der Welt? Egal, wir werden es noch finden, Leute. Vorher wird das Video nicht beendet. Boah. Boah, was? Woher das Ganze auf einmal? Ui. Vorher... Boah, da hinten ist doch ein fettes Geschenk. Du kennst eine Vortour an Lack. Was kann ich jetzt alles? Abfahrt. Ist hier die Beach-Area? Ich glaube eher nicht so. Ich scheide gerade richtig viel frei. Hier ist irgendwie noch nicht so Beach-Area-mäßig. Wie viel scheide ich denn gerade frei? Ich will zur Beach-Area. Für Robux kann man sich mehr... Was? Mit der Tresor nicht so viel. Ja. Ah. Ist hier die Beach-Area. Oh mein Gott, da ist die Beach-Area. Das ist die Beach-Area. Wir haben die Beach-Area gefunden, Leute. Und da steht Fused Pads. Das heißt, dahinter sehen wir schon die Elfe. So scheidet ihr. Was ist das jetzt hier? Boah, Leute. Hier ist die Elfe. Wir haben die Aufgabe geschafft. Da findet ihr sie. Oha. Ich habe schon daran gezweifelt, dass ich sie nicht mehr finde. Was haben wir denn jetzt alles? Haben wir jetzt dieses Board? Nö. Ich weiß auch gar nicht, wie man ein Board benutzt, um ehrlich zu sein. Kann man das schon benutzen? Was ist das hier? Select the one to fuse. Ne, hier wird nichts fusioniert. Wir haben es geschafft, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Dafür, dass ich euch hier die wichtigen Informationen gebe. Ich glaube, ohne meine Hilfe hättet ihr das nicht gefunden. Aber ich kenne mich halt aus in dem Spiel. Und deswegen gebe ich euch doch gerne Tipps und Tricks mit auf den Weg. Aber man kann sich ja teleportieren. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Wir gehen erstmal wieder da kurz zurück. Ich schalte das hier erstmal alles, weil ich will mich überall hin teleportieren können. Und wir gucken mal, ob ich jetzt dieses Board da bekomme. Boah, wir kaufen erstmal ein Ei jetzt hier ganz kurz. Die Sucht muss befriedigt werden. Was ist das beste Ei, was wir kaufen können? Boah, die sind ja aber ganz schön teuer. Hm. Wir haben 94 Millionen. Ah, ne, wir haben 16 Millionen. Dann kaufen wir uns doch einmal. Ne, das sind irgendwie schlechte Wahrscheinlichkeiten. Äh. Hm. Hm. Na komm, wir kaufen einmal. Das ist wahrscheinlich richtig schlecht, was ich jetzt mache. Aber ist mir egal. Einmal ein bisschen Packlack hier. Oh, das ist glaube ich richtig schlecht. Wie viel hat der? 617. Das ist ja einmal richtig scheiße. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ob sich das... Oha, da ist noch ein Geschenk. Ich glaube, die Geschenke bringen richtig viel. Also Leute, wenn ihr solche Geschenke seht. Wir gucken mal kurz. Die bringen richtig viel Kohle. Oh, ja. Ich weiß gar nicht, es gibt Tränke. Was ist das? Wofür braucht man das? Das weiß ich nicht. Was ist das hier? Ha. Das überfordert mich alles. Sollte ich sein. Aber jetzt sollte ich hier... Wie? Kann ich das jetzt nicht einfach nehmen? Muss ich noch mehr Aufgaben machen? Ach, du ahnst es nicht. Äh. 100. 100 Zuckerstangen. Soll ich brechen? Das kriegen wir doch auch hin. Oder? Das kriegen wir doch auch hin. Ich will dieses Board haben, Leute. So. Ey. Angriff. Zuckerstangen. Durchbrechen. 3 von 100 haben wir jetzt. Oder wie? Das dauert ja doch ein bisschen wieder. Wir sehen uns, wenn ich das fertig habe. Aber übrigens. Ihr habt ja hoffentlich auch Tipps und Tricks geschrieben. Schreibt dann jetzt auch gerne mal. Oha. Warum dauert das auf einmal so lange? Können die nicht mehr oder was? Ähm. Was ihr noch so sehen wollt. In Roblox. Ich glaube, wir haben hier eine coole Welt gefunden. Also dieses Pet Simulator bringt auf jeden Fall Spaß. Was? Was kann ich hier machen? Schreibt es mal rein. Oder wollt ihr Tipps und Tricks, wie man zum Beispiel wie heute diese Gratis-Items bekommt. Wie dass wir zusammen die Elfe suchen und so. Schreibt es gerne mal rein. Würde mich interessieren. Hier ist noch ein Geschenk. Ey. Ihr auch bei der Angriff da hinten? Attacke. Na. Das bringt richtig schön viel. Das bringt richtig schön viel. Also diese Geschenke öffnen. Beste. Beste. Nebenbei machen die Tierchen schön ihre Arbeit. Aber so viele Zuckerschein gibt es ja gar nicht, ne? Ich hoffe, ich mache überhaupt das Richtige. Ey. Was können wir hier öffnen? Für 2, 5 Billionen. Ah. Davon sind wir noch ein bisschen entfernt, um ehrlich zu sein. Davon sind wir doch noch ein bisschen entfernt. Kommt vielleicht, weil ich das Geld für Truhen ausgebe, die nichts bringen. Annenkrieg. Guck mal. Was ist da? Also wir machen ganz gut, ganz gut plus. Aber wir müssen die Zuckerstangen kaputt machen. Aber es gibt gar keine Zuckerstangen mehr. Muss ich jetzt erst andere Sachen kaputt machen, oder was? Damit Zuckerstangen wieder spawnen. So. Wie viele Zuckerstangen haben wir? 8 von 100? Oh nein. Oh Gott. Das dauert ja anders lange. Ach, nö. Boah. Weiß ich jetzt nicht. Guck mal. Das sind doch eigentlich 3, die wir jetzt... Ne. Das zählt als eine. Das ist ja wirklich bohnenlos. Boah. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür gemacht bin, Leute. Das dauert ja ewig. Ne. Das ist auch nicht der Sinn der heutigen Folge. Wir haben die Elfe gefunden. Ich werde glaube ich bis zum nächsten Video die Dinger da machen, aber das würde jetzt hier heute den Rahmen sprengen, Leute. Das dauert viel zu lange. Wir öffnen jetzt noch kurz Packs. Dafür gehen wir in die Hauptstadt. Wie geht das? So geht das. So, da öffnen wir jetzt noch kurz irgendwelche Kisten einfach, um zu gucken. Ich glaube, wir können eh nicht so coole Dinger bekommen. Einfach mal machen. Einfach mal kaufen und gucken, was so rauskommt. Tobi. Was geht? Golden Flamingo. Taugt der was? 192. Das ist ja richtig kacke. Das bringt ja gar nichts. Ist ja der Schlechteste gewesen. Wir schauen mal nochmal. Grün Ackidackel. Die bringen ja alle nichts. Egal, wenn man nochmal... Wir haben ja genug Kohle. Mal kaufen. Grün Flamingo. Basic. Das bringt auch nichts. Nochmal kaufen. Okay. Ja, das muss reichen. Das muss reichen. Die sind alle schlecht. Wir müssen warten, bis wir irgendwie hier mehr freigeschaltet haben. Aber ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ich mehr hier Pet Simulator spielen soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.